Guten Tag, mein Name ist Sascha Rabe und heute wieder etwas zum Thema Persönlichkeit. Wenn etwas in deinem Business passiert und du möchtest am liebsten alles hinschmeißen, dann tu das nicht. Tu das nicht, denn wenn du dein Business leichtfertig aufgibst und du gehst woanders hin, dann kommt es häufig vor, dass diejenigen, die das machen, beim nächsten Mal Gegenwind auch wieder aufgeben und zum nächsten Job gehen und zum nächsten Job gehen und zum nächsten Job gehen. Das heißt, an der Stelle ist es wichtig, genau zu gucken, woran liegt es und wenn es notwendig ist, sich zu verändern, dann verändere dich, aber schmeiß die Dinge nicht leichtfertig weg. Wenn du mehr darüber wissen willst, dann ruf mich an, dann schreib mich an.